Ich bin heute halb einig denn scheiß drauf. Hallo? Hallo? Ich muss mich verarschen. Ich verblute! Ich habe keine Ahnung. Hallo? Weiter geht's. Hallo? Weiter geht's. Das ist mir einfach zu hoch. Wer ist denn da? Ich weiß nicht wo er ist. Irgendwo da hinten steht er. Ich weiß noch nicht wo. Ich hoffe er kommt auch nochmal irgendwann. Da steht er. Alter was den habe ich gar nicht gesehen. Der pennt. Oh Gott. Oh sorry. Das ging so an mir vorbei gerade. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. So. Kannst du die Gatling Gun eigentlich benutzen? Nee ne? Shit. So ich weiß immer noch nicht wie dieses Tor aufgeht. weiter geht. Weiter geht. Geburtspiel. Kinder spielen. Dazu bin ich nicht imstande. Ergebliche Liebesmühe. Nicht in 100 Jahren. Wie ist dieses... Diese... Wow. Wie ist diese Tür aufgegangen? Es muss doch irgendwo einen Schalter oder einen Switch halt geben. Sag mal. Hallo? Okay. Ich muss mehr rangehen. Okay. Ja. Es gibt nur einen Weg den ich gehen muss. Und das ist dieser hier. Diese Tür muss zu. Dann geht die andere meiner Meinung nach wieder auf. Okay. Es muss aber irgendeine Mechanik geben. Also hier dürfte übrigens auch keiner mehr drin sein. Und jetzt? Komm ich hier irgendwo anders raus? Oder muss ich irgendeine Bodenplatte berühren? Wohin jetzt? Ja. Das da? Ja. Ach, es muss jemand drauf stehen. Ach. Der unwichtigste. Ja. Sorry. Sam. Das war einfach. Ich stecke voller Überraschung. Scheiße. Ich brauche Sam. Äh. John. Komm mal her bitte. Weiter geht's. Du lässt sich erstmal bitte heilen? Weil den Doc brauche ich dann tatsächlich nicht. Äh. Äh. Den Doc brauche ich nur zum heilen. Äh. 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 Okay. Weil Sam brauche ich jetzt hinten an. Der. Minigun. muss jetzt hier für mich aufräumen. Dann ist Sam seine Aufgabe wahrscheinlich auch erledigt hier. Ah ja. Ah. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah. Ah. Ah ja. Ich weiß, ich habe nur 30 Schuss. Okay, ich muss mich dafür vorbereiten. Hallo? Wo ein Wille ist, noch ein Ass im Ärmel. So. Okay. Ah no. Entschuldigung, falsche Tasse gedrückt. Speichern. So. Wo bist denn du, Sam? Ah, krass. Das übernimmt er gar nicht. Ich weiß nicht, wie viel Schuss ich noch hab. Ah, das tut weh. Ich weiß nicht, was mit der Anzeige los ist, aber sie ist verbuggt. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis stimmt. Ich krieg einen zu viel. Ich hab nicht durchgezogen. Kacke, was ist denn jetzt los? Ah, jetzt geht's wieder. So, Freunde der Sonne. Was? Oh, da unten geht's auch lang. Okay, das wusste ich nicht. What the fuck macht der denn? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Das gibt's auch nicht. Ich glaub, er hat sogar das krasseste Gewehr von allen. Er schießt aber sehr, sehr langsam, der Doc. Warum ist eigentlich die Tür jetzt dauerhaft offen? Geil. Okay, gut. Dann sind wir wieder alle am Start. So, Samuel. Du hast noch ein paar Schuss. Das war, ja, passt gut. 110. Ah, das tut weh. Oh, rennst du hin? Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Sorry. Ich verstehe zwar auch nicht ganz, warum ihr nach da unten rennt. Ach. Ich muss Munition sparen. Ah, das tut weh. Es hat mich erwischt. Ah, das tut weh. Oh, die sind relativ nah, ne? Wer war das? Okay. Leute. Ey, enttäuscht mich nicht. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Erledigt. Alle erledigt. Nice. Speichern. Habe ich noch irgendeinen nicht mit der Sch... Oh, nee. 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 Weiter geht's. Oh, Gott, ey. Weichern. So, drei Leute noch. Oh,oder. Sehr geil. Hmm. Hmm. ja blöd habe ich mich gerettet die sind wirklich super super krass schießen ich sehe ihn nicht ok, last one alter es ist wirklich der respekt und anerkennung ist der wahnsinn wie die schießen da fällt einem nichts zu ein das gibt es nicht, das gibt es nicht ich ziele ihn an er guckt er reagiert eigentlich nur und tötet mich instant was jetzt das ist doch nicht dein ernst ach man doc why wie gehts weiter gott verdammte scheiße ist das eine wunderschöne erfahrung die ich hier gerade mache oh ach das tut weh ok wow das war auch ganz ganz mies das war auch gar nicht erfolgreich eigentlich hat aber aus irgendeinem grund trotzdem gereicht wahnsinn so samuel bitte herkommen also wir können alle jetzt mal herkommen weil allzu viel haben wir nicht mehr sagte er ok was ist das für eine Statue hier so, da haben wir noch eine Gatling Gun können wir allerdings nicht benutzen so, nächster Schritt wäre dieser hier das ist die Frage ok, geht nicht wie sieht der ein da sieht ein angekommen angekommen oh mein gott ah schön ja und jetzt oh oh er überlebt das sogar krass weiter geht's das überlebt doch nicht ich habe keinen Schuss oh shit ein Schuss hat gefehlt ja und jetzt nein nein ich habe den letzt nicht getroffen please please yes ma'am oh gott ey ja und jetzt hallo sanchez so el diablo ertürmt ah ärgerlich kannst du den Gatling Gun nicht vom Podest nehmen ne schade ja keine Ahnung was passiert jetzt weiter geht's weiter geht's el diablo rennt weg ok 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 weiter geht's weiter geht's double kill ja der ist tot ja der ist tot die sind auch alle tot so mesdames et messieurs ok stopp scheiße oh man muss den richtigen Weg finden ach du heilig kacke das war schon mal verkehrt auch verkehrt weiter geht's wow instant weiter geht's sehr schön ich tippe hier ich tippe da ne ja und jetzt boah ich muss einen zurücklassen ok und ich muss mit John scheiße halt jetzt muss ich das ganze nochmal rekonstruieren scheiße ich blute das war schon mal unkleber ich stecke voller Überraschung ich blute hallo mädchen da 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 wohin jetzt ja ja und jetzt weiter geht's ja und jetzt ja und jetzt angekauft weiter geht's ja und jetzt angekauft weiter geht's ach du scheiße das ist eine tür das ändert das ach so das macht mich ich glaube trotzdem dass ich da ein hinstellen muss jetzt ist das tor offen ich komme sogar schadlos durch aber das tut mir wirklich leid ich muss den offen schicken der affe löst es nicht aus ach ja scheiße ich löse trotzdem aus ich weiß nicht wenn ich von vorne auf gehe ich löse trotzdem aus tja gute frage ich komme ich dadurch also die das ist wenn ich hier runter gehe kinderspiel löst das jetzt trotzdem noch aus durch rennen bringt nichts ah i don't know warte ist wenn ich sanchez hier aufsetze den erwischtet ok ändert nichts andere positionen gibt es hier nicht oder was wenn ich eigentlich auf dem start ding hier stehen bleibe trotzdem wenn ich jetzt hier noch auch noch warte ist wenn ich alle fünf besetze ich stecke voller überwaschung kinderspiel geht trotzdem noch an was wenn ich mr mel- äh mr melone vor allen dingen mr leone der rufsetzer das gibt es ja gar nicht sie wurden getötet naja obviously ja okay kate trifft also auch wobei den affen zurück wie geht denn das mr melone kann ich den abbrechen mr leone aber ich muss irgendeine taste drücken kann der affe nicht irgendwo noch hin kann der affe nicht irgendwo noch hin nun ist es an dir das gibt es auch gar nicht schwierig ach mit rechtsklick kommt er auf und zurück und so wenn nirgends wo was ist jetzt auch nicht wieder mal auf das ist nur ein bestimmter was denn wenn nur der der todesdings hier das war einfach was wenn sanchez nicht darauf geht er geht trotzdem in den arsch tyard er muss noch nicht aufschießen er ändert nichts ne naja tja meine damen und herren da bin ich gerade tatsächlich ein bisschen überfragt Es wird irgendeine Platte geben, die ich besetzen muss. Aber ich weiß nicht welche. Keine Ahnung, scheiße, kann ich mal nicht rauf gehen. Na ja, alles gut. Scheiße, er stirbt ja. Bin ich denn hier rauf gekommen? Angekommen. Geht auch nicht. Okay, keine Ahnung. Ich informiere mich mal kurz. Ich weiß nämlich nicht, wie es hier weitergeht. Bis gleich. So, da ist er wieder. Okay. Ich habe es herausgefunden. Die junge Dame muss laufen, denn sie ist anscheinend schneller als alle anderen. So, sie schafft es. Und da hin und dann schließen sich nämlich auch die Türen. Und wir können entspannt hinterher rennen. Mann ey. Wahnsinn. Gut. Okay, klasse. Das hat gar nicht geklappt. Alles klar, das klappt überhaupt gar nicht. Geh weg, geh weg. Oh mein Gott, das war so was von knapp. So, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir haben das Ende erreicht, oder? Angekommen. Achso. Muss ich jetzt hier hochklettern? Ah, okay. Ach, da oben steht El Diablo. Und nur John kann hinterher. Okay. Das ist natürlich ehrlich. Lauf! Elmo. Stopp, stopp. Mies, Alter. Und jetzt? Bringt dir nichts. Wir können trotzdem klettern. Das ist das hier. Ah, 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 ah. Oh. Wirf deine Waffe weg. Sehr schön. Und nun willst du sicher wissen, wer hinter der Maske des großen El Diablo steckt. Jackson. Ich sagte, wir sind auf Wiedersehen. Traubst du wirklich, du könntest mich aufhalten, Kopfgeldjäger? Es bedarf mehr als eines Revolvers, um den Teufel zu stoppen. Wir werden sehen. Das ist mein Kumpel, wa? Versteck dich! Dick, was machst du noch? Ja, und jetzt? Er versteckt sich auch. Oh, cleverer Buur. Weiter geht's. Oh! Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Okay. Weiter geht's. Komm, zeig dich. Weiter geht's. Oh, äh, Feuer? Keine Ahnung, ich gehe hier hin. Oh, sehr gut. Der klappt. Schießt doch immer nur einmal, oder? Ach, geh doch dahinter. Ach, John. Weiter geht's. Na gut, dann verstecken wir uns beide. Weiter geht's. Ist das wieder Feuer? Ja. Wow, shit, alter. Weiter geht's. Ist nicht so. Oh, shit, 13. Ja, und jetzt? Wo sehe ich denn eigentlich, wie viel HP's er hat? Tja, und jetzt? Der Waffe überhitzt gleich. Da ist in Deckung zu gehen. Da ist okay. Tja, und jetzt? Ach, man, John. Ach, weil meine scheiß Waffe überhitzt ist. Ja, und jetzt? Ich muss mal ganz kurz abkühlen. Kann ich hier irgendwas anderes noch machen? Weiter geht's. Ne, ich kann auch noch nicht schießen. Kühl deine Waffe ab, John. Jetzt kann ich, glaube ich, überschießen. Okay, ich darf nicht übertreiben. Angekommen. Oh, shit, aber da zu langsam war. Kann ich voll mit leben noch? Ja, ich bin gleich wieder bei dir. Oh, 118, krasser Schuss. Ich fühle mich gern, shit. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay, 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 alles gut noch, alles gut noch. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Jawohl, sehr schön. Du bist sehr unkreativ, mein Freund. Jawohl, sehr schön. Ich weiß, wenn ich hier vorne hingehe. Okay. Oh, was ist jetzt los? Was passiert? Nein, ich habe keine Munition mehr. Nein. Okay, er auch nicht. Und jetzt? Oder mich? Sei mal. Kann ich aufstehen? Sag mal, hau doch mal zu, John! Vielleicht drück ich die ganze Zeit auch die falsche Taste. Ha, muss ich drücken. Okay. Okay. Wo ist das besser? Schlaf schon. Ja! Hier, kauf dir davon ein Ticket in die Hölle. Hier, kauf dir davon. 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 Hier, kauf dir davon.